Jo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Gravel Pit. Ihr fragt euch bestimmt, was ist denn jetzt los, was hat der für eine komische Kamera, was geht der ab? Ja, wenn ihr das wissen wollt, geht einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ich mach jetzt wieder Vlogs auf dem Table Tennis Failure. Könnt ihr mal vorbeigucken, da erklär ich dann auch alles mit der Kamera und so weiter und so fort. Und ja, ansonsten, ich pack aus, gibt's auch noch, wir haben heute richtig, wir haben heute richtig heftig Glück gehabt beim Auspacken der Karten. Wirklich ging gar nicht klar, so viel Glück hatte ich glaube ich noch nie. Und ja, auf dem Gravel Pit hier, was erwartet euch da? Erstmal nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht das ein oder andere Luna Video. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!